Welche Konsequenzen könnte J.D. Vance Marionette von Musk Thiel für die Ukraine haben? Nun, dass J.D. Vance eine Marionette von Musk Thiel ist, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich sehe nicht, woher das kommen sollte, wie man glaubt, dass er von Musk oder Thiel eine Marionette ist. Aber welche Konsequenzen er hat? Das Problem bei Vance ist, dass er seine Meinung erheblich geändert hat in der Vergangenheit. Nicht nur, dass er sich klar gegen Trump gestellt hat und dann irgendwann zu seinem großen Unterstützer wurde. Auch was Außenpolitik geht, hat er durchaus wechselvolle Entwicklungen gezeigt. Unter anderem auch von ihm ist zu hören, dass er sich beschwert über Deutschlands Verteidigungsausgaben, über Deutschlands Rolle. Er hat sich explizit beschwert darüber, dass Deutschland viel zu wenig tue im Ukraine-Krieg. Hier wird auch viel davon abhängen, was Europa tut. Ich habe auf Twitter was geschrieben, was ich Ihnen, was ich vielleicht halb hätte vorlesen können diesbezüglich. Ich habe gesagt, eben das, was ich schon gesagt hatte, until it takes is not until victory. Die Trump-Präsidentschaft, eine zweite, ist aktuell vermutlich der wahrscheinlichste Ausgang der Wahl im November. Europa hätte sich darauf vorbereiten müssen, nicht nur jetzt, sondern schon lange vorher. Spätestens jetzt sollte man es sowieso. Ich habe immer wieder betont, dass der Ukraine-Krieg ein europäischer Krieg ist und wir als Europäer das endlich einsehen sollten. Dass es für einen Amerikaner in North Dakota ziemlich irrelevant ist, ob die Ukraine russisch besetzt ist oder nicht, sollte naheliegen. Und dass es für den Polen oder den Deutschen komplett irrelevant ist, ist eine ganz andere Geschichte. Das ist, also auf gut Deutsch, für die ist es nicht irrelevant. Europa hätte schon immer den Krieg viel ernster nehmen sollen und sich nicht auf die Amerikaner verlassen. Es sind bald drei Jahre vergangen oder zweieinhalb. In zweieinhalb Jahren kann man die Rüstungsindustrie ein ganzes Stück weit weiter anfahren, als es gerade der Fall ist. Da wird es viel davon abhängen, wie Europa reagiert. Von Trump wurde gesagt, dass er den Krieg sofort beenden will und was er tun kann, ist, er kann ihn möglicherweise wirklich sehr, sehr schnell beenden. Indem er einfach entscheidet, Russland bekomme dieses und jenes und im Gegenzug bekomme die Ukraine das andere und beiden Seiten massiv zu drohen. Der Ukraine, es gibt keinerlei amerikanische Waffen mehr, keinerlei amerikanisches Geld mehr, wenn sie es nicht annehmen, den Russen genau das genaue Gegenteil drohen. Wenn die Russen das nicht annehmen, dann werden die Depots geöffnet und dann werden die Aufträge erteilt und dann wird die Ukraine mit Waffen überschwemmt. Wenn dieses Angebot halbwegs innerhalb des gerade so erträglichen der jeweiligen Seite ist, dann ist ein recht schneller Frieden da. Wenn Europa das nicht will, wenn Europa einen ukrainischen Sieg will, muss es sich erst mal entscheiden, einen ukrainischen Sieg zu wollen. Und während ich dort zum Beispiel bei den Balten wenig Zweifel habe und sagen wir mal bei den Polen auch nur bedingte Zweifel habe, dass die einen ukrainischen Sieg wollen, bin ich mir bei anderen europäischen Staaten weit weniger sicher. Also müssten diese Staaten erst einmal zu dem Punkt kommen, dass sie sagen, wir wollen einen ukrainischen militärischen Sieg. Und das bedeutet eine Rückeroberung der Grenzen von 1991, denn unentschieden gibt es nicht. Wenn wir keinen Krieg, keinen Sieg wollen, dann akzeptieren wir die Niederlage. Wir müssen verstehen, dass das im Krieg ist Wirtschaft wichtig, aber der Willen auch. Die USA wurden in Vietnam nicht besiegt, weil sie militärisch besiegt wurden. Sie wurden mental besiegt. Sie haben den Willen verloren. Die Sowjets wurden von den Mujahedin nicht abgeschlachtet und die Sowjetarmee hörte auf zu existieren. Die war nach wie vor die nummerisch stärkste der Welt, wenn ich mich richtig erinnere. Die Mujahedin haben die Sowjets nicht besiegt. Sie haben den Sowjets die Lust vergehen lassen. Die Sowjets hatten keine Lust mehr gegen die Mujahedin zu kämpfen, weil sie den Willen verloren haben. Die Taliban haben die NATO nicht in Afghanistan besiegt, militärisch. Aber die NATO hatte die Lust verloren, weiterzukämpfen und den Willen verloren. Das heißt, wenn der Wille in Europa nicht da ist, einen ukrainischen Sieg zu ermöglichen, dann wird er sehr, sehr schwer. Und Europa muss erst einmal dazu kommen, den Sieg zu wollen. Und dann muss es sich entscheiden, die entsprechenden Schritte dafür zu tun. Tut Europa dies? Demonstriert Europa den USA, dass es ernst meint mit einem ukrainischen Sieg? Dann würde ich davon ausgehen, dass es realistisch ist, dass ein Trump-Ventz-Regierung, dass die die Ukraine anschließend unterstützt. Denn für die beiden ist es ganz klar, dass sie die Schnauze voll haben vom europäischen Schmarotzertum. Es tut mir leid, das müssen wir so sagen. In weiten Teilen sind die Europäer Trittbrettfahrer der amerikanischen Militärmacht. Sind sie nun mal. Ja, wir wissen es alle. Deutschland will die drittstärkste Wirtschaftsmacht der Welt sein. Wie ist sein Militär im Vergleich? Wie groß sind die Munitionsbestände? Wie groß und schlagkräftig sind Luftwaffe, Marine und Her? Verglichen damit. Wie groß sind die Reserven und wie groß ist die Mannstärke? Haben wir eine Armee, die der drittstärksten Nation der Welt entspricht? Und die der geopolitischen Situation in Europa entspricht, indem ein Diktator imperialistischen Revanchismus betreibt und Eroberungskriege durchführt? Wirkt Deutschland so, als ob es diesen A, seiner eigenen Stärke und B, diesen Herausforderungen in Europa angemessen sein Militär ausstattet? Und es tut mir bei aller Liebe gegenüber den Bundeswehrsoldaten, wie gesagt, ich weiß, sie haben höchsten Respekt bei den Verbündeten und das sollte man ernst nehmen. Ich will sie nicht schlecht reden, aber es tut mir leid, die Bundeswehr entspricht diesem Standard nicht. Wenn Europa den USA zeigt, dass die Nachricht angekommen ist, dass Europa willens und fähig ist, sich selbst zu verteidigen. Das ist ja schon der erste Schritt. Man erweckt ja den Eindruck, man will sich noch nicht mal selbst verteidigen, geschweige denn den Ukrainern helfen. Wenn Europa ernst macht, würde ich relativ optimistisch sein, dass die USA helfen. Aber zu glauben, Trump Pence wollte ich sagen, Trump Vance, lustig, die Namen sind recht ähnlich. Trump Vance wird die, wer ist es, die Kartoffel, die Kohle aus dem Feuer holen, ist das der Spruch? Das ist illusorisch. Wenn Europa ernst macht, sein Militärbudget drastisch erhöht, seine Waffenhilfen dramatisch erhöht, wenn die Großbestellungen für die Ukrainer kommen, dann wäre ich optimistisch, dass die USA sagen, okay, die Europäer machen dramatisch viel, da können wir auch noch mit helfen. Aber ansonsten wird es so enden. Und, ja, wir müssen aber, wie gesagt, wenn wir das vergleichen, müssen wir halt auch sehen, was in der jetzigen Regierung passiert. Und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen glauben, dass die USA gerade darauf abzielen, einen ukrainischen Sieg zu erringen. Und wir reden von 1991. Wir müssen in aller, irgendwo müssen wir halt auch mal ehrlich sein. Wollen die USA einen ukrainischen Sieg? Dass ukrainische Truppen an der Straße von Kerz stehen? Haben Sie den Eindruck bekommen, die USA tun das Notwendige dafür? Ich beantworte die Frage mal nicht für Sie. Das können Sie sich ja selbst beantworten oder in die Kommentare schreiben. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung. Vielen Dank.